In einem spektakulären Urteil hat eine Amtsrichterin aus Ludwigsburg die Corona-Schutz-Verordnung des Landes Baden-Württemberg völlig zerstört. Was, wieso und weshalb erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir dieses Video gefallen, lass ein Abo da und läute die Glocke, dann sehen wir uns regelmäßig, wenn es frische Rechtsnews gibt. Ganz schön mutig die Kollegin aus Baden-Württemberg, aber mir gefällt, was sie tut. Sie hat die Corona-Schutz-Verordnung völlig zerpflückt, hat gesagt, diese sei verfassungswidrig und darüber hinaus auch noch Bezug auf das Infektionsschutzgesetz genommen. Wir verlinken unsere Videos dazu hier unten, denn auch wir haben viele Argumente schon vor Monaten gebracht und auch gesagt, dass das Infektionsschutzgesetz verfassungswidrig ist. Genau diese Argumente verwendet die Kollegin jetzt auch. Es ging um einen Fall, wo zwei Begleiter, die nicht aus demselben Hausstand stammen, fußläufig unterwegs waren, an einem Polizeiauto vorbeigingen und dabei nicht den Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten haben. Nachdem man an dem Polizeiauto vorbeigegangen ist, circa 100 Meter weiter, hat man wieder den Abstand nicht eingehalten. Dann ist die Polizei hinterher gefahren, hat die beiden angehalten und es gab ein Bußgeld. Und genau darum geht es hier in diesem Fall. Die beiden wurden freigesprochen und im Kern hat die Kollegin gesagt, dass das Infektionsschutzgesetz in der Fassung vor November 2020, da ist ja nochmal der 28a eingeführt worden, als Ermächtigungsgrundlage für die einzelnen Lockdown-Maßnahmen, keine taugliche Ermächtigungsgrundlage für weitgehende Eingriffe auf Basis der Corona-Schutz-Verordnung aus Baden-Württemberg sei, sodass, weil das Infektionsschutzgesetz nicht tauglich sei, auch die gesamte Corona-Schutz-Verordnung rechtswidrig sei. Das zweite ist, dass das gesellschaftliche Leben in, so sagt die Kollegin, grundrechtssensiblen Bereichen im Ganzen auf nicht vorhersehbare Dauer beschränkt wurde und auch hierfür bedarf es eines förmlichen Gesetzes, was durch den Bundestag geht, der sogenannte Parlamentsvorbehalt, also auch dagegen sei verstoßen worden. Drittens, die Regelungen der Corona-Schutz-Verordnung Baden-Württemberg, damit habe die Exekutive, also die Polizei, ihren Gestaltungsspielraum völlig überschritten. Es sei viertens gegen den Bestimmtheitsgrundsatz verstoßen worden und darüber hinaus sei die Definition des öffentlichen Raumes in der Corona-Schutz-Verordnung auch nicht hinreichend dargelegt worden. Nun zum Einzelnen und für euch natürlich jetzt auch auf Deutsch, weg von diesem Juristen-Kauderwelsch. Zunächst einmal das Infektionsschutzgesetz. Die Richterin sagt, sie selbst dürfe über die Verfassungswidrigkeit der Corona-Schutz-Verordnung, also deren Vereinbarkeit mit höherer Rang im Recht, entscheiden, da es nicht um materielles Recht geht, sondern um eine sogenannte Rechtsverordnung. Von daher habe sie das Gesetz nicht dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen, sondern sie als Amtsrichterin dürfe entscheiden. Ist auch korrekt so. Allerdings haben wir hier gleich eine Tautologie, denn sie sagt nachher auch, dass die Rechtsverordnung gar nicht hätte so erlassen werden dürfen. Zweitens, § 28 des Infektionsschutzgesetzes sei keine taugliche Ermächtigungsgrundlage zum einen wegen des Verstoßes gegen den Parlamentsvorbehalt, zum anderen aber auch sei gegen den Bestimmtheitsgrundsatz verstoßen worden. So haben wir hier im Infektionsschutzgesetz Anforderungen wie Personen, öffentlicher Raum und weitere sehr oberflächliche Kategorisierungen. Und das reicht hier nicht aus, um derart massive Maßnahmen, also wie zum Beispiel ein Platzverweis oder jetzt aber hier ein Bußgeld, daraus ableiten zu können. Daher konstatiert die Kollegin hier, dass durch den Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot auch hier die Maßnahmen verfassungswidrig seien. Dann hätten wir weiter einen massiven Einschritt in die allgemeine Handlungsfreiheit aus Artikel 2 des Grundgesetzes. Und je intensiver der Eingriff ist, desto höher seien die Ansprüche, die daran zu legen seien. Und dann kommt sie in ihrem Urteil wieder zurück auf den Parlamentsvorbehalt und sagt, dass die Corona-Schutzverordnung des Landes Baden-Württemberg schon allein deswegen rechtswidrig sei. Dann haben wir noch einen Verstoß gegen die sogenannte Wesentlichkeitstheorie, die wiederholt im Wesentlichen das, was wir nochmal beim Parlamentsvorbehalt hatten. Im Übrigen sei die Corona-Schutzverordnung hier auch für die Exekutive, hier für die Polizeibeamten nicht richtig umzusetzen, da die Corona-Schutzverordnung seit Ersterlass März 2020 achtmal geändert wurde. Oder auch die Zeugen vor Gericht, die Polizisten, haben wohl mehrfach im Rahmen des Gerichtsverfahrens gesagt, dass sie selbst überfordert seien, wann, wie, welche Regelung da umgesetzt werden muss. Also, wir haben hier ein sehr, sehr, sehr interessantes Urteil aus Ludwigsburg. Die Frage ist, ob das so gehalten ist, ob der Freispruch bleibt mit dieser weitreichenden Begründung. Positiv ist allerdings zu sehen, dass wir jetzt gerade wieder hier eine Entwicklung der Judikative haben, wo ein Meilenstein nach dem anderen gesetzt wird. Wir haben das Urteil des OVG Saarland, wir haben ein Urteil aus Hamburg, wir haben jetzt dieses Urteil aus Ludwigsburg, wo die Juristerei sich erfreulicherweise sehr deutlich positioniert. Und der Bundesregierung und auch den Landesregierungen und den daraus erfolgenden Maßnahmen klar die Grenzen aufzeigen. Von daher extrem erfreuliche Entwicklung. Wir halten euch jedenfalls auf dem Laufenden, wie es hier bei Corona und Recht weitergeht. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.